Hallo Triathlon-Freunde! Es würde mich freuen, wenn ihr mit uns dieses Jahr vom 11. bis 15. September nach London in die inoffizielle Hauptstadt des Triathlons kommt. Die Olympischen Spiele haben wir letztes Jahr dort erleben dürfen. Es war ein einmaliges Erlebnis, es war unheimlich viel los. Tolle Zuschauer, eine Streckenführung, die sicherlich einmalig ist. Wer kann schon am Buckingham Palace mal so vorbeiradeln? Schaut auf die DTU-Seite www.dtu-info, informiert euch und es würde mich freuen, wenn wir gemeinsam zur Nationenparade aufmarschieren würden. Bis dahin, euer Frodo!